So und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Richtung YouTube zu Doom Eternal, wo wir heute auf Sentinel Prime unterwegs sind und ich wollte gerade die R-Taste drücken zum Nachladen, habe ich zum Glück nicht gemacht. So, wir sind auf Sentinel Prime und wir müssen den letzten Priester töten und das tun wir eben. Machen wir ganz entspannt. So, Sentinel Prime. Die uralte Arena ist ein heiliger Ort für die Menschen von Argent den Ur. Das Kolosseum wurde in den Anfängen ihrer Zeitrichtung erbaut und diente als Schauplatz für Kampfesprüfungen. Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Argenter ihresgleichen nicht einsperrten. Gefangene und Kriminelle erhielten vielmehr die Chance auf die Wiederherstellung ihrer Ehre durch Sieg in der Arena. Wem dies gelang, erhielt einen Platz als Frontsoldat in der Wächterarmee, um für Argent den Ur zu sterben. Der althergebrachte Zweck der Arena verschwand seit der Assimilation durch das Schattenreich. Die korrumpierten Priester fördern jetzt wesentlich blutrünstigere Begegnungen und lassen zur Unterhaltung bewaffnete Gefangene gegen Dämonen antreten. Die Priester des Deak-Ordens herrschen unangefochten über Argent den Ur. Wer das Blut der herrschenden Argenta vergießt, wird unweigerlich als Sünder verbannt. Jedem, der sich nicht an die bestehenden Verhaltensregeln hält, wird kein Asyl unter den Argenta gewährt. So, und hallo Cooper und danke fürs Spielumstellen. Wobei das eigentlich hätte umgestellt sein sollen, das habe ich umgestellt bevor... Ach nicht, konnte ich mir speichern. Ging nicht. Stimmt, habe ich vergessen. So, und wir sind wieder im Livestream auf Twitch. Das heißt, Schleichwerbung, wer auf Twitch zugucken will, twitch.tv slash lordhippipod. So, ähm... Haben wir hier was? Da unten ist... Warte, da unten ist ein Büchelein. Komme ich da hin irgendwo? Gibt es da irgendeinen Geheimgang? Nein, gibt es nicht. Das sieht sehr einladend und... Ah, hier kann ich springen. Hier nicht. Okay. So. Und... Wow. Ist das ein... Oh, ist ein Flashback. Wir fanden ihn im Tal, direkt vor der Burgmauer. Er war schwer verwundet und trug das hier. Gedärme, ein Geweide, muss töten. Muss alle töten. Er besitzt noch Kampfeswille. Trotz seiner Wunden. In die Arena mit ihm. Er wird bewertet wie alle anderen. Ich möchte ganz kurz was anmerken. Wenn der Doomguy redet, ist das ungefähr so, als würde Link reden. Du willst nicht, dass der Doomguy redet. Das irgendwie... Das passt nicht. Das passt nicht zu seinen... Also, ich weiß nicht, was es im Englischen ist, aber der Synchronsprecher passt überhaupt nicht dazu. Muss töten. Alle töten. Irgendwie passt das nicht zu ihm. So. Die Geschichte der Wächter Teil 4 Übersetzung eines Textes aus dem Ligra-Sultagenta Buch der Könige Während der Regentschaft von König Nowik, als die Agenter Frieden und Sicherheit über Dimensionen herweg brachten, fanden wir einen Fremden. Er war nicht von unserer Welt und sprach eine abstoßende Sprache. Wie er zu uns gelangte, war uns ein Rätsel. Eine Gruppe Wächterspähe hatte ihn blutüberströmt, von Klauen zerfetzt und dem Tode nahe gefunden. Er murmelte von drohendem Unheil und den Mächten der Finsternis. Blut und Überreste auf seiner Rüstung schienen nicht nur von ihm selbst zu stammen. Nach dem Gesetz der Agenter würde er wie alle vom Pfad abgekommenen im Kolosseum die Chance halten, für seine Freiheit zu kämpfen. Wer wusste nichts über ihn, nur dass er unbändige Wut in sich trug. Seine Kleidung passte nicht hierher und er hatte obskure Munition bei sich. Seine Entschlossenheit war jedoch stärker als seine Verletzungen und er schlug sich beispielhaft in der Blutarena. Sein Stil war roh und brutal, aber seine Unerbittlichkeit gereichte einem wahren Wächter zur Ehre. Sein zorniger Kriegsschrei hallte durch das Kolosseum und die Wächter jubelten seinem Banner zu. Reiße und zerfetze! Er riefen sie dem animalischen Krieger zu, der tödlichen Wunden trotzte. Er erhielt weder Rang noch Titel. Die Überlebenden der Arena bekamen nur eine Belohnung, das Recht auf einen ehrenhaften Tod im Dienste der Makers. Die Entschlossenheit und hassefüllten Worte des Fremden blieben im Orden der Deag nicht verborgen und Kunde davon erreichte die Kahnmaker, die ihn zu sich bringen ließ. Sie wies ihre Untergebenen an, seine Sprache zu lernen, denn er sprach von unentdeckten Ländern, Kreaturen aus Feuer und einem dunklen Ort, der der Königin und ihrer Kaste unbekannt war. Denn dies war nur eine weitere Gelegenheit, das Geschenk der Makers an Bedürftige zu verteilen. Okay, ich bin echt gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Also gut, wir kamen hierher und haben in der Arena dann gekämpft, offensichtlich. Und dann sind wir aufgestiegen in den Dienst von denen. Ich frag mich jetzt aber nur, wie die hier jetzt eigentlich und auch die Priester mit den Dämonen zusammenhängen. Irgendwie erschließt sich mir das noch nicht so ganz. Vielleicht bin ich auch blöd, ich weiß es nicht. Kann ich bitte das Messer hier mitnehmen? Das wär schön, dann müsste ich keine Munition mehr haben und auch keine Kettensäger, sondern ich schlitz einfach die Dämonen mit nem kleinen Messer weg. Wäre auch schön. Hätte ich nix dagegen. Ich biete dir, o großer Mächtiger, den Frieden an. Ähm, vor ungefähr ein paar Missionen hat sie uns gesagt, ähm, wir werden sterben und wir werden vernichtet. Jetzt bietet sie uns den Frieden an. Das passiert meistens, wenn sie Angst haben, dass wir sie einfach vernichten. Ich meine nur. Halt das noch ein Buch. So, ich versuch alles mitzunehmen. Ich will die Geschichte verstehen. Ich check's irgendwie nicht so ganz. Aha. So, die Geschichte der Wächter, Teil 5. Übersetzung eines Textes aus dem Ligra, Sultagenta, Buch der Könige. Am Vorabend des schwarzen... Verdammt. Am Vorabend des schwarzen Sterns stiegen dunkle Wesen aus einer Welt unter unseren auf. Sie kamen nicht mit einem Schiff, sondern durch das Dimensionsgewebe. Aus flammenumtosenden Toren kamen gehörnte Bestien aus einem zeitlosen Reich gestürzt. Erst eine, dann viele und vor feuerschäumende Wellen des Bösen brachen aus den Obsidian-Schwarzen Wäldern auf der Agenta-Oberfläche hervor. Die Alorum-Clans aus den östlichen Bergen fielen den Teufeln zuerst zum Opfer und dann brach die Stadt Telorum unter dem Ansturm zusammen. Wir Wächter stellten uns den Monstern kampfbereit entgegen und die gesammelte Macht der heiligen Streitkraft schlug den Dämonen entgegen. Doch die dunklen Tore spuckten immer größere Horden aus. die unheiligen Kriege begangen, als uns das Zeitalter der Dunkelheit verschluckte. Okay. Ah, sieht fast aus wie auf unserem Schiff. Ähm... Was ist das denn hier? Was ist das denn für ein PNG-Schild hier? Aha. Da fehlen ein bisschen Texturen, ha? Fällt mir alles auf. Okay. So. Ist aber alles Ultra-Albtraum. So. Äh... Ah, schau mal an. Toll. Können wir nicht nehmen. Haben wir schon genug. Ähm... Ich wollte noch sicher... Weißt du, warum nimmt der nicht einfach so eine Axt oder so ein Schwert? Ich weiß, die würden bei ihm wahrscheinlich relativ schnell brechen. Ähm... Aber wir könnten damit vielleicht mal einen Dämonen in zwei teilen einfach. Dann bräuchten wir nicht mehr Munition. Das wär super. So eine Endlosenergiezelle wär schön. Der Schleifstein ist auch putzig. Naja. Ich weiß genau, was du zurücklassen musstest. Kehre dorthin zurück. Beende diesen Kreuzzug. Du kannst sie nicht retten. Sie haben mich darum gebeten. Und so gebe ich es ihnen. Lässt du den Priester lieben, werde ich dir zurückgeben, was Dämonen dir vor so langer Zeit nahmen. Du musst nur umkehren. Und es wird wieder dein sein. All der Schmerz, der dich quält, wird enden. Okay. Gut. Unser Hass gegen die Dämonen kommt offensichtlich irgendwo her. Ähm... Die Frage ist... Was haben uns die Dämonen genommen? Ich mein, wir werden es bestimmt rausfinden. Hier ist irgendwo ein Leben. Die Geschichte... Ach so, Geschichte der Wächter Teil 7. Moment. Ist das dann da unten Teil 6? Okay, hier. Geschichte der Wächter Teil 6. So. Bislang konnten wir unsere Feinde immer aufhalten. Aber nicht die Dämonen aus dem Schattenreich. Ihre Waffen waren nicht aus Stahl geschmiedet, sondern entsprangen der Essenz ihres Selbst. Eine dunkle Magie, der wir noch nie begegnet waren. Waren wir übermütig geworden? Hatte der Glanz unseres wachsenden Reichs unsere Klingen stumpf werden lassen? Wir waren ratlos, wie wir diesen Gegner niederstrecken sollten. Die Maker-Gottgötter sahen sich überrumpelt und unsere Gelehrten und Priester versuchten verzweifelt, uns einen Vorteil in der Schlacht zu verschaffen. Der Feind wusste nicht, dass unsere Niederlage kurz bevor stand und unsere Götter standen uns bei, als wir an der Lösung arbeiteten. Der Ordner Deak entwirrte das Rätsel hinter diesen widerwärtigen Kreaturen zuerst. Den Priestern gelang es, einige der Monster einzufangen und sie machten sich daran, die Quelle ihrer Macht zu entdecken. So stießen wir auf die Essenz des Schattenreichs. Ihre Macht war unserer nicht gänzlich unähnlich, speiste sich aus der Lebensessenz in ihren deformierten Körpern und war die Energie für ihre Attacken. Es war möglich, sie in unsere eigenen Waffen zu leiten, was den Agente ermöglichte, den Dämonen auf Augenhöhe zu begegnen. Die Priester glaubten, dass sie mit mehr Wissen über die Essenz auf dessen Quelle stoßen und die Dämonen davon trennen könnten. So würden wir ihre Armeen abschneiden und hätten den entscheidenden Vorteil, den wir für einen Sieg benötigten. Die Kahn Maiker gab unserem König ihren Segen und wies die Priester an, sich tiefer in die Rätsel des scharlachroten Elixiers aus dem Dämonischen Reich zu graben, denn sie wollte das Gleichgewicht unseres Universums wiederherstellen. Es verlangte ihr nach Assimilation, denn die Hölle lag außerhalb ihres Einflusses. Nach vielen Anstrengungen stießen die Priester auf mehr, als sie sich je erträumt hatten. Sie erfuhren die wahre Natur der dämonischen Energie und fanden heraus, wie sie diejenigen stärken könnte, die sie kontrollieren konnten. Mit der Energie in den Adern unseres missgestalteten Feindes konnte Leben ausgelöscht oder verstärkt werden. Was mit der Energie in den Adern unseres missgestalteten Feindes? Konnte Leben ausgelöscht oder verstärkt werden? Heilkraft und Sterblichkeit und Weisheit jenseits unserer Vorstellungskraft. Die Lebenskraft der Dämonen in den Händen unserer Wächterpriester unter dem gerechten Auge der Kahn Maiker würde unserem Volk nicht nur den Sieg bringen. Wir würden eine neue Daseinsebene und eine neue Ära der Militärwissenschaft und des Heilungspotenzials erreichen. Kein Wächter müsste mehr Krankheit fürchten und kein Maiker müsste sich mehr der Transfiguration unterziehen. Niemand würde dem Frieden im Weg stehen oder unsere Welt bedrohen. Das wahre Gleichgewicht über die Hölle und seine Legionen über Raum und Zeit hinweg in dieser Welt und allen anderen und wir würden es bestimmen. Zusammen mit dem Maiker würden wir ewigen Frieden finden. Okay, sie haben praktisch dann die Hölle unterworfen. Kann das sein? Ah, da ist der Doomguy hier. Das dürften wir sein. Die Kahn Maiker verlangte nach einem Zehnten der Essenz und die Priester unterwarfen sich ihrem Willen. Der Orden der Däger beriet sich mit dem König und sie sprachen von verderbten Landen, die hinter der blasphemischen Kluft warteten und der Möglichkeit Agente nur von den neuen Eindringlingen zu säubern. Wir brachten den Krieg auf ihren verfluchten Boden und stürmten durch die verhexten Tore. Einer von uns schien die wahre Natur dieser niederträchtigen Dämonen zu kennen. Es war der Outlander, der Fremde, der zu uns gestoßen war und an vorderster Front längst als irgendein Gefangener von Wächterblut überlebt hatte. Seine Blutlust im Angesicht der schauderhaften Horde war deutlich und er wollte ihre Vernichtung ebenso sehr wie wir, obwohl Agendinur nicht seine Heimat war. Sein Eifer blieb den Wächter-Inquisitoren nicht verborgen und man munkelte von einem geheimen Abkommen, das er mit den Dämonen unterhielt. König Genovic brachte diese Stimmen zum Schweigen und erwählte ihn. Der Fremde wurde dem Pöbel enthoben. Obgleich keinem Gefangenen je diese Ehre zuteil wurde, der die Arena überlebte, brachen die Wächter der Nacht mit ihrer Tradition und erbrachten den Outlander eine Ausbildung als würdig. Einige Schüler rümpften die Nase, ob das Barbaren ihre Mitte, aber im Krieg gegen Dämonen galt es, jeden noch so kleinen Vorteil zu nutzen. Und als sie bemerkten, dass der Fremde es mit ihren Meistern aufnehmen konnte, akzeptierten sie ihn als loyalen und unerbittlich Mitstreiter. Dieser Mann war ein Außenseiter, ohne Freunde und doch stand er jedes Mal wieder auf, wenn er im Staub lag. Niedergeschmettert, zerschrammt und mit Blut im Gesicht richtete er sich wieder und wieder mit grimmiger Entschlossenheit auf, um dem Feinde wieder im Kampf begegnen zu können. Die Tage zogen ins Land, während der Fremde in die Lehren des Ordens eingewiesen wurde und die uralten Lehren des Kampfes und der Bruderschaft, die alle Wächter verinnerlichen. Er spürte, dass sein Tag bald kommen würde und er seinen Zorn erneut in der Hölle entfesseln könnte. Die Wächter der Nacht waren beruhigt, dass er sich einfügte und gewährten ihm seinen innigsten Wunsch. Sie nahmen den Fremden mit in die Hölle. Rastlos kämpften sie, den unnatürlichen Elementen ausgesetzt und übten sich im Schein des nächtlichen Blutmondes im Kampf. Der Fremde war erschöpft, verletzt und krank. Doch weder bat er um Hilfe, noch gewährte man sie ihm. Dreimal reisten die Wächter der Nacht durch das Höllentor und zurück und mit jedem Mal wirkte der Fremde gestellter. Nun im Gleichschritt mit den Wächtern und seinem Hunger nach Dämonenblut im Zaum und unter der Oberfläche brodelnd Jahre des Kampfes mit den Ausgeburten der Hölle verlieh dem Fremden das Ansehen eines der mächtigsten Krieger der Agenter und er wurde zu ihrem Waffenbruder. Ein Verbündeter ein Verbündeter und eine Waffe. Ja okay, das klingt ganz nach einem Doomguy. So. Da sind wir eben alle überzeugt. Gut, ich meine das ist jetzt so als wäre der Typ relativ harmlos im Kämpfen. Kann ich hier irgendwo irgendwas ist hier doch, oder? Das andere, dass man eigentlich hochkommt, oder? Ein Geheimnis gefunden. Ah! Hier ist das Leben. Okay. So. Das haben wir. Ich will nur nichts übersehen. Ich habe immer so das Glück, dass ich Sachen übersehe. So. Ich bedauere die Menschen wirklich. Sie tragen ein schweres Schicksal. Doch auch ich muss eine Welt retten. Ohne ihre Seelen gibt es keine Höllenenergie. Kein Argent wird fließen können. Dies kann ich nicht zulassen. Du wirst Erdbecks Fortschritt nicht im Weg stehen. So wurde es schon immer gehandelt. Du hast kein Recht uns, unsere Chance auch Wohlstand zu verwehren. Die brauchen die anderen Welten. Damit sie den Saugen die der Hölle die Energie ab? Nutzen die die Argentechnologie? So wie es der Hayden wollte? Der Hayden wollte ja auch die Höllenenergie nutzen. Ähm Um die Erde zu retten. Ich glaube die hier die Maker lässt die Hölle einfach fallen damit sie Argentechnologie aus der Hölle abziehen können. Kann das sein? Check ich das so richtig? So halb? Kriege ich es zusammen? Ich weiß es nämlich nicht. So, was haben wir hier? So. Teil 8 Die Geschichte der Wächter Wir rangen mit den Bestien und die Argenter Gesellschaft wuchs unter dem wachsamen Blick der Maker und dank der unermesslichen Kraft der Essenz. Während unsere Generäle vollauf mit dem unheiligen Krieg beschäftigt waren stand unsere Kultur ganz im Zeichen des faszinierenden Trangs mit dem uns der Feind unwissentlich beschenkt hatte. Das süße Elixier. Es trieb uns weit über die Grenzen der Leistungsfähigkeit und erlaubte uns tiefe in Dimensionen abzutauchen als wir es je für möglich gehalten hätten. Mit der Maker Göttern an unserer Seite und der Findigkeit unserer Hohepriester loderten unsere Waffen und Kriegsmaschinerie. Die Massen tranken tranken gierig vom Energie Quell den die Priester entdeckt hatten aber wir Wächter der Nacht gaben uns diesem Überfluss nicht hin. Manche von uns flüsterten leise Vorwürfe und Warnungen ab dieser Art des Fortschritts Manche von uns flüsterten leise Vorwürfe und Warnungen ab dieser Art des Fortschritts aber da es unsere Aufgabe war das Volk zu verteidigen und nicht dessen Zukunft diktieren hörte man uns nicht an. Okay. Ich glaube die sind abhängig geworden von dem Zeug. Kann das sein? Und drum können sie nicht aufhören beziehungsweise sie wollen wahrscheinlich auch gar nicht. Gesehen beziehungsweise auf der Karte geguckt. So und ein Leben Hurra die ich dann gleich wieder verschwenden kann. So kommt noch Nachricht getriggert wenn ich hier rauf lauf ich will jetzt keine Nachricht über sehen nämlich So ist hier noch was? Ach das ist von Ah okay das ist so gedacht dass du hier rüber springst dann also hier hier hochläufst drüber und dann so rum gehst okay gut ich hab es anders gemacht hat auch funktioniert es ist schon eine schöne Stadt hier ich glaube die haben hier echt kein Problem aus irgendeinem Grund haben sie die Hölle auch echt gut im Schach gehalten hier dann so Teil 9 als als der schwarze sterne hoch oben am firmament seinen unheiligen zenit erreicht hatte saß könig novi gerastlos auf seinem thron eine alles verschlingende dunkelheit versammelte sich genau hinter der bergkette im osten die plage ergoss sich in kaskaden und strömte in blinder wut aus dem höllentor unter ihnen war ein monströser titan der dreadnought ein monster dessen statur und bedrohlichkeit selbst die mächtigsten der central in den schatten stellte der groteske riese zog eine schneise der verwüstung hinter sich her ein brutaler dämonischer ansturm der wie nie zuvor ins herz von argen den nur hervordrang wie konnte sich dieser koloss unbemerkt durch das höllentor zwängen wir fanden es nie heraus aber die wächter der nacht vermuteten verrat die wächter sahen sich überrumpelt und versuchten verzweifelt den titan und seinen gefolge abzuwehren während sich die heilige stadt taras nabat auf ihre letzten stunden vorbereitete die dämonenflut die sich im schatten des grausigen kolosses ergoss erschütterte die stadt in ihren grundfesten niemand wurde verschont und nur wenigen gelang die flucht nach norden die höllenbrut plünderte unsere tempel und paläste brannte unsere termin nieder und labte sich an den seelen des klerus doch die wächter der nacht beugten sich den dämonen nicht obwohl sie zurückgetrieben wurden und sich in der blut arena eingekesselt sahen auch im dunkel der nacht reckten sich ihre schwerter noch gen himmel und pflügten sich erbarmungslos durch die feindliche übermacht als alle anderen Anwärter schon unbeugsamen reihen der wächter reißen und zerfetzen schrie in ungezügelter wildheit die verbliebenen rekruten arena hielten den atem an als sie der bestie zusahen die einst hier als gefangener gewütet hatte jetzt aber seite an seite mit seinen wächter brüdern kämpfte er vollbrachte unmenschliches und zeigte sich als wahrer wächter krieger als der beste unter ihnen doch unbesiegbar die wächter der nacht hat den ansturm kurz vor morgengrauen ausgedühnt und der outländer hielt seine stellung am fuße der großen mauer des nordflügels der festung samur der kanzler der allmutter bemerkte die schier endlose ausdauer des outländers zog ihn heimlich von seinen posten ab und unterzog ihm einem unbekannten ritual pure blasphemie denn samur handelte nicht auf geheiß der ken maker in der kapelle der reinheit unterwarf sich der outländer der gottes maschine dort segnete samur maker der seraphim den wir nur als rechte hand der allmutter kannten den outländer mit ungekannter schnelligkeit und kraft die seiner entschlossenheit glich die methode in dieser transfusion gab uns rätsel auf denn wir dachten dass diese maker maschine mit der die agenter für nicht zu machen wie konnte sie dann dafür eingesetzt werden den körper des outländers zu reinigen und unseren zukünftigen kriegsherrn zu stärken was sich an diesem schicksalhaften tag aus dem heiligen sarg erhob war nicht die unreine abscheulichkeit vor der uns die priester gewarnt hatten der held darin würde bald als großer slayer bekannt sein als zeitwanderer als krieger kahn dessen feuerschwert einem pfad für die gerechten durch die dämonenhorten brennen würde mit einer rachelust die nur einem gottkönig innen wohnen konnte das ritual konnte ihm nichts anhaben und seine augen glühten mit der magie der makers er nahm den schmelztiegel und das feuer der geister schoss aus der klinge als zeichen dafür dass sein besitzer ein wahrer wächter krieger könig war in unserer dunkelsten Stunde wurde der slayer erwählt ein fremder wurde mit himmlischer macht gesegnet und trotz der traditionen unseren heiligsten gesetzen und dem willen der großen kahn okay sie haben den gott aus ihm gemacht das erklärt so einiges und jetzt weiß ich auch woher er diesen schmelztiegel kannte das war seine waffe das war sein schwert der hat sein schwert geklaut ich will mein schwert zurück ich will dieses schwert haben will einfach alles durch mähen ich hoffe das ist also mal ganz ehrlich ne ich hab mir schon gedacht das sieht aus wie ein schwert im ersten teil jetzt stellt sich raus das war seine waffe ich will die waffe wieder haben dann können sie die BFG haben ich will einfach das Schwert mit hoffentlich unendlich Munition und unendlich Energie und dann einfach alles nieder mähen das wäre toll bitte gib mir das schwert das wäre schön und nicht nur in irgendeinem Endkampf ich will das dauerhaft haben und jeden noch so kleinen Dämonen damit okay zusammengefasst er hat ihnen geholfen ihren Planeten zu retten und als Dank dafür opfern sie jetzt unseren Planeten na ist doch schön Dirk Graf Dirk Graf ist immer noch der mächtigste Höllenpriester von Argent den nur und besucht häufig seine alte Heimatwelt um über das Volk zu herrschen arrogant und aufgeblasen ruft Graf in die Arena um die gefallenen Bürger von Sentinel Prime mit blutigem Sport zu unterhalten seit Beginn der dämonischen Invasion der Erde agierte er mit den anderen Höllenpriestern von der Oberfläche des Planeten aus nach dem Tod von Dirk Niloks und Dirk Ranak flohe aber in die Sicherheit der Arena Der Graf war es der die Folterung und den Verrat von Wächter Kommandant Valen ermöglichte der die Schlüssel zur Gruft der Elemente an sich nahm und die Kammer des schlafenden Geistes öffnete Die uralten Kreaturen wurden entführt und die Hölle gebracht und gefoltert um ihnen ihre Macht zu stehlen Er verwendete das Herz von Valens Sohn um das Icon auf Sinn zu Leben zu erwecken Ein Titan dessen Legende in Argen der nur noch immer lebendig ist Was der Graf was der die Folterung und Verrat von Wächter und Valen ermöglichte der die Schlüssel zur Gruft der Elemente an sich nahm und die Kammer der schlafenden Geiste öffnete Die Urge wurden entführt die Hölle gemacht und gefoltert Kann es sein dass wir auch dabei waren weil wir waren im ersten Teil sind wir in einem Sarg aufgewacht an den sie aus der Hölle geholt haben